Was soll ich tun? Sag ich's ihr ins Gesicht? Ihr was sagen? Soll ich sie einfach meiden? Sie würde sehr leiden. Das mach ich schon. Bonuspunkte. Ich fühl mich nicht wohl. Kein Weg wird funktionieren. Ich kann nur verlieren. Ja, coole Pause. Wie auch immer, ich hab mir gedacht, morgen... Sie ist aber voll und achtsam, dass sie geht, halt ich nicht auf. Oh, vielleicht rufe ich sie dann einfach mal an. Scratch, mach das Telefon aus. Ich will sie nicht verlieren, will sie nicht verletzen. Molly, siehst du's nicht? Niemand will sie verletzen. Aber lieber sie als ich. Auch wenn ich sie vermeide, nen Freund gibt man nicht auf. Ich glaub, nichts wird funktionieren. Ich kann nur verlieren.